Musik Hallo, Jörg Vohrmann hier mit einem letzten Video für den heutigen Abend. Und kennst du vielleicht das Thema der Selbstverurteilung oder der Selbstbeschämung oder des immer wieder chronisch beschämt Seins oder sich beschämt Fühlens? Vielleicht verurteilst du dich aber auch selber und dir ist gar nicht klar, dass das etwas mit Scham zu tun haben könnte. Und vielleicht ist dir auch nicht klar, dass Scham ein enger Verwandter oder ein enges Geschwister, könnte man sagen, von Trauma ist. Davon handelt dieses kurze Impulsvideo. Scham ist ja ein wirklich kulturell oder kollektiv eher verstecktes Gefühl, was so ein Aschenpuddeldasein führt, was alle haben, was unheimlich stark ist, einen unheimlichen Drive hat. Es heißt sogar, es hätte einen stärkeren Impact auf unser Leben als Sexualität und Aggression. Und das soll schon was heißen. Ja, aber es ist irgendwie so latent oder offensichtlich immer unterdrückt im Hintergrund und eben wirklich auch unbewusst. Ja, und Scham ist etwas, was auch vor allen Dingen kulturell geprägt wird und epigenetisch weitergereicht wird. Und der Grad an Scham ist besonders in sogenannten Schamkulturen, ist ja besonders hoch. Das heißt, das sind Kulturen, die einfach ein hohes Maß an Moral haben, an Moralvorstellungen. Die haben einfach einen hohen Grad auch an Scham. Diese Kulturen, die sind aber auch geprägt von einem geringen Maß an Nähe. Das heißt, also Moral hoch, Nähe niedrig. Da wird dann meist auch die jugendliche oder adoleszente Sexualität, die so aufkommt, massivst unterdrückt. Und diese Kulturen sind geprägt von wenig, auch in der Regel wenig Bonding. Das heißt, die Kinder werden sehr früh nicht mehr gehalten oder werden vielleicht überhaupt nicht gehalten, kriegen keine körperliche Zuwendung. Und insgesamt ist der ventrale Vargus wenig aktiv. Also der wird wenig stimuliert. Das geht meistens in so eine sympathikotone Aktivierung rein, weil man muss ja die Gesellschaft irgendwie zusammenhalten. Und das wird dann in der Regel macht und mit Gewalt gemacht. Und das ist ja ein Phänomen, was wir auch kennen aus den Erziehungsratgebern aus dem Dritten Reich oder aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts aus dem Behaviorismus. Also resultierend daraus entsteht dann in den Menschen ein Gehemmtsein, eine Verlegenheit, eine Schüchternheit, Peinlichkeit, die Lebendigkeit ist ja logisch, die geht dann runter. Und dann kommen eben die Selbstzweifel. Und viele, viele Menschen, die mit Selbstzweifeln zu tun haben und deswegen ins Coaching kommen oder irgendwo in eine Therapie gehen, denen ist überhaupt nicht bewusst, dass dahinter Scham liegt. Und noch viel weniger ist bewusst, dass hinter der Scham eben häufig ähnliche Mechanismen wie beim Trauma sind. Das kann man zum Beispiel auch daran sehen, dass das in so einen Kollaps reingeht, in so eine dorsale Starre, das Erleben, dass es alles wie abgeschnitten ist, dass, ja, man ist, wie gesagt, der ventrale Vagus ist nicht online, man ist gar nicht da, nicht im Hier und Jetzt. So, und das ist wiederum auch eine paradoxe Falle für Therapeuten. Wenn jemand jetzt also in so einem Schamträger drin ist und ähnlich wie bei einem Traumaträger, wenn der Therapeut dann mit sehr positiv und offen zugeht und lächelt, da wundern sich ja viele Therapeuten, die ich auch hier zur Supervision habe, warum das dann nach hinten losgeht, warum die Intervention nicht funktioniert, warum die Beziehung schlechter wird oder gar abbricht. Und das hat was mit diesem Kollaps zu tun, der da im Raum steht. Und da hat Levine ja auch darauf hingewiesen, da ist also, und Bessel van der Kolk auch, statt der, normalerweise, wenn dich jemand anlächelt und der Vagus aktiv ist und so weiter, da ist ja hier dieser präfrontale Kortex, der ist ja gut beliefert, der ist ja an und aktiv. Und wenn jetzt aber jemand im Traumastress ist oder in einem Schamstress ist, der wie gesagt ähnlich ist, dann ist der nicht hier im präfrontalen Kortex unterwegs, der ist im Shutdown, sondern dann ist im Hirnstamm, dieser periaqueduktale Graubereich, schwieriges Wort, dieser Bereich ist dann an und aktiv. Und der ist immer an oder aktiv, wenn wir uns gesteigert in Angst befinden oder gelähmt sind. Und das heißt also, wenn der Therapeut jetzt smile, lächelnd auf denjenigen zugeht, dann springt dieser Bereich noch zusätzlich oder noch weiter an, wird noch verstärkt und das führt natürlich zum Abbruch von Kontakt und Beziehung. Ist ja klar, ist keine Hilfe in dem Moment. Und ja, also was könnten wir jetzt also tun? Also eine Anregung ist zum Beispiel, das ist natürlich sehr komplex, aber eine Anregung wäre jetzt mal, auch für Kollegen, mit dem Aspekt der Würde zu arbeiten. Weil die Würde, könnte man sagen, ist der Gegenpol zur Scham, ist also der Gegenspieler. Und da zu schauen, wie die Würde wieder Einzug finden kann in das Leben des Betroffenen, wie, wo oder wann er oder sie möglicherweise Würde erlebt hat. Und das kannst du für dich selber ja auch mal schauen. Wann hast du Situationen mal gehabt und wenn es so kleine Momente sind, wo du dich würdevoll gefühlt hast. Und wenn du die selber nicht hattest, dann kennst du vielleicht jemanden, der die hatte oder du hast mal einen Film gesehen, wo das so war, oder ein Buch gelesen und da kannst du dir das auch vorstellen. Weil letztendlich, wenn man sich das oft genug vorstellt, dann bildet das hinterher auch einen Gegenwirbel, so nennt Levine das, zu dem bestehenden Wirbel, der einen da reinzieht in den Abgrund. ist das quasi eine Gegenkraft. Und darum geht es ja immer wieder auch, dass wir diese Gegenkräfte mobilisieren. Und Würde ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir diese Würde zurückgewinnen, dann haben wir auch wieder mehr Lebendigkeit, kriegen mehr Zugang zu unserer Natürlichkeit. Und auch Sexualität zum Beispiel, ja. Also gerade diese Gewaltkulturen, diese Schamkulturen, die haben ein Riesenproblem ja mit Sexualität, habe ich ja gerade schon gesagt. Und wenn das nicht in Ordnung kommt in einem selber, dann hat man nachher sein Leben lang damit womöglich ein Problem, mit dem Selbstausdruck oder das zu leben überhaupt. Und ja, also du wirst merken, wenn du mehr mit der Würde in Kontakt kommst, des Lebens an sich und auch deines Lebens, es wird mit der Zeit wahrscheinlich Schritt für Schritt, vielleicht nur erstmal in kleinen Schritten, besser werden. Und vielleicht hast du weniger kritische Stimmen, weniger Selbstkritik, weniger Selbstzweifel infolgedessen. Das wünsche ich dir von Herzen. Wenn das nicht reicht, wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Begleitung, weil dann ist eine Korregulation von außen einfach existenziell und essentiell wichtig, dass du Erfahrungen machst mit einem regulierten Nervensystem im Kontakt mit dir, wo du dich in einem guten Grund und Boden befindest und bewegst mit der anderen Person zusammen, sodass dein Nervensystem neue regulierende Erfahrungen machen kann. In diesem Sinne freue ich mich über das Liken, Teilen, Kommentieren und weiterempfehlen vom Kanal und zum Abonnieren unten. Du kannst auch gerne die Self-Empower-Broschüre runterladen auf meiner Homepage kostenlos gegen die E-Mail. Ja, in diesem Sinne schöne, schambefreite Grüße von Jörg Fuhrmann aus dem Freirauminstitut. Tschüss! Tschüss, tschüss, tschüss!